Und wie wir das so gehört haben, weil das auch so nah gewesen ist, in der ersten Sekunde mal gewundert, was los ist, hat er dann das Mündungsfeuer links und rechts wegfliegen gesehen, einen unendlich sinnvoll war in Sicherheit und weg, wie das Blut von meinem Kopf runtergekratzt hat. Ein anderes war ein dumpfer Schlag am Knie, am linken, aber zum Vorschein gekommen. Das Problem war an diesem Abend natürlich auch direkt in der Situation, wo dann bei uns direkt vier Schwerstverletzte gewesen sind und ich versuche die Wunden zu reinigen. Dann ist das aber mit dem Blut und dem Wasser, hat sich dieser gestampfte Lehmboden auch sehr schnell in einen Schlamm verwandt. In der Tasche stand direkt neben mir. In Summe zehn Therapiestunden und 2000 Euro. Wenn es neutral ist, also in keine Richtung mit Gefühlen besetzt, also weder erleichtert noch ängstlich, einfach, man schaut sich etwas an, was einen eigentlich nichts angeht. Das haben Sie alles gesehen? Ich konnte es beobachten aus ungefähr zwei Meter Entfernung. Eine energetische Pris machen. Mit der öffentlichen Meinung jedenfalls und von der Wissenschaft sowieso total bezweifelt wird. Du hast das eben erlebt, ohne es gesucht zu haben. Wie kam es dazu? Ich komme auch aus einem Bier und sage, dein Onkel heißt Rudi, der steht hinter dir und der möchte dir das. Und es ist so beeindruckt, ich hätte gern, dass sie nach Österreich kommt und dass ich auch Freunde zu ihr bringen darf. Ich habe Dinge zum Beispiel gekommen, wo du sagst, wie kann dir das wissen? Und dann ist es so, dass oft innerhalb von diesem Reading Veränderungen wahrnehmen können. Das haben wir mit Video dokumentiert. Seitdem wirklich zu 100 Prozent. Kann es auch sein, dass diese Julia Assante einfach diese Hellsichtigkeit besitzt und daher dem Klienten Dinge sagen, kann man schon auch sagen, dass du da in der Öffentlichkeit sitzt und diese Dinge erzählst, wo ja Wissenschaftler sagen würde, also die würden dich überhaupt verteufeln. Und dann ist es so, dass du da in der Öffentlichkeit bist, wo du da in der Öffentlichkeit bist.